Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1956. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für hautfreundliches Duschen eignen sich Duschgels. Sie enthalten pflegende Inhaltsstoffe. Für hautfreundliches Duschen eignen sich Duschgels. Sie enthalten pflegende Inhaltsstoffe. Für hautfreundliches Duschen eignen sich Duschgels. Sie enthalten pflegende Inhaltsstoffe. Warum wächst die Pflanze nicht? Ich habe mich so sehr um sie gekümmert. Warum wächst die Pflanze nicht? Ich habe mich so sehr um sie gekümmert. Warum wächst die Pflanze nicht? Ich habe mich so sehr um sie gekümmert. Ich trage schwarze Stiefel zu meiner roten Kleidung. Ich trage schwarze Stiefel zu meiner roten Kleidung. Ich brauche noch drei Steckdosen für die neue Küche. Ich brauche noch drei Steckdosen für die neue Küche. Der Stress hält seit Wochen an und nimmt kein Ende. Ich bin völlig fertig. Der Stress hält seit Wochen an und nimmt kein Ende. Ich bin völlig fertig. Ich habe ihn beobachtet. Was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Ich habe ihn beobachtet. Was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Ich habe ihn beobachtet. Was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich versuche, einen Kuchen zu backen. Hoffentlich gelingt es mir. Ich versuche, einen Kuchen zu backen. Hoffentlich gelingt es mir. Peter wirft Steine in den See. Die schneebedeckten Berge spiegeln sich undeutlich im Wasser. Die schneebedeckten Berge spiegeln sich undeutlich im Wasser. Haben wir genug Cocktailschirmchen für die Drinks heute Abend? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auch wenn du es nicht magst, dass ich dich eincreme. Wir müssen dein Gesicht mit Sonnencreme schützen. Auch wenn du es nicht magst, dass ich dich eincreme. Wir müssen dein Gesicht mit Sonnencreme schützen. Auch wenn du es nicht magst, dass ich dich eincreme. Wir müssen dein Gesicht mit Sonnencreme schützen. Warum ist hier so viel Lärm? Ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen. Ohne regelmäßiges Yoga könnte ich meinen anstrengenden Beruf nicht ausführen. Ohne regelmäßiges Yoga könnte ich meinen anstrengenden Beruf nicht ausführen. Was hast du vor? Warum setzt du dich nicht auf den Stuhl wie alle anderen? Was soll ich anziehen? Grün oder rot? Was steht mir besser? Du hast die Wahl. Was soll ich anziehen? Grün oder rot? Was steht mir besser? Du hast die Wahl. Was soll ich anziehen? Grün oder rot? Was steht mir besser? Du hast die Wahl. Ich singe überall und benutze sogar meine Haarbürste als Mikrofon. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronzemedaille erhalten würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronzemedaille erhalten würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronzemedaille erhalten würde. Die meisten Kunden freuen sich über meinen Anruf, denn ich kann immer dafür sorgen, dass sie in Zukunft weniger Geld bezahlen müssen. Ich kann immer dafür sorgen, dass sie in Zukunft weniger Geld bezahlen müssen. Kann ich ihnen helfen, ihre Jacke anzuziehen? Kann ich ihnen helfen, ihre Jacke anzuziehen? Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Was habe ich dir getan? Warum verhältst du dich mir gegenüber so abweisend? Was habe ich dir getan? Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Wir müssen noch einmal darüber reden. Was denkst du wirklich über diese Sache? Wir müssen noch einmal darüber reden. Was denkst du wirklich über diese Sache? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.